Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Am besten sieht es noch auf meinem Foto aus, wenn dann alles verschmiert ist. Am besten sieht es noch auf meinem Foto aus. Am besten sieht es noch auf meinem Foto aus. Am besten sieht es noch auf meinem Foto aus. Am besten sieht es noch auf meinem Foto aus. Am besten sieht es noch auf meinem Foto aus. Am besten sieht es noch auf meinem Foto aus.